Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 15. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1082. Und nehmt es mir nicht übel, aber ich hatte einen sehr strengen Tag. Und deshalb gibt es heute einfach Apple, 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 Apple Themen. Denn gestern war ja die grosse Keynote von Apple und da haben sie einiges gezeigt. Zum einen ganz viel Content-Geschichten, also Apple TV+, die ganzen Serien, die ich aktuell am Durchsuchten bin, wie blöde. Die ein paar aktuelle Serien und so weiter und ein bisschen Ausblick haben sie gegeben. Und dass da noch einiges kommen wird. Da freue ich mich auch schon auf einige der ganzen Produktionen. Und ja, hoffe, dass die immer in einem Rutsch rauskommen und nicht wöchentlich. Aber ja, Binge-Watching ist halt mein Ding, was das anbelangt. Dann hat Apple einiges gezeigt. Zuerst ein normales iPad. Früher hieß es, glaube ich, das Schul-iPad. So irgendwie der Übernamen quasi. Ein neues Modell. Aber auch ein neues iPad Mini. Mit anderem Design, mit schnellerem Prozessor, Stiftunterstützung der zweiten Generation, 5G inkludiert und eine bessere Kamera. Alles drin, alles drum und ein richtig geiles Teil. Das macht richtig Spass, das mal in die Finger zu nehmen und auszuprobieren. In der Schweiz ab irgendwie 500 irgendetwas Währungseinheiten zu kaufen. Zumindest die Wi-Fi-Version. Die Cellular-Version geht irgendwie bei 719 Währungseinheiten los. Und hier schon der Wecker. Genau. Weiter geht's dann mit dem iPhone-Modell. Respektiv, nee, stimmt nicht. Die Apple Watch kam noch dazwischen. Die in der siebten Generation mittlerweile. Die kommt später dieses Jahr. Hat einen grösseren Screen und auch sonst ein paar tolle Geschichten. Da setze ich mich dann mit auseinander, wenn sie dann später kommt in diesem Jahr. Bin ich mal gespannt. Geht irgendwo ab. Ich weiss es nicht mehr auswendig los. Aber normale Apple Watch Preisen. 399, genau. Da war es. Und dann hat Apple, und das hat mich riesig gefreut, auch Apple Fitness Plus angekündigt in, ich glaube, 21 neuen oder insgesamt 21 Ländern. Und ganz toll daran, die Schweiz, wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch mit dabei. Deutschland und Österreich. Das heisst, wir können bald auch die ganzen Fitnessgeschichten nutzen. Und da bin ich auch sehr gespannt darauf, wie das Ganze wird. Denn, ja, seien wir mal ehrlich, ein bisschen mehr bewegen tut uns doch allen gut. Also, mir zumindest. Genau. Das war eines der Dinge. Und dann ja eben, die neuen iPhone-Geschichten. Zuerst haben sie die kleineren vorgestellt. Also das iPhone 13 und das iPhone 13 Mini. Die sind vollgebotet mit Technologie, 5G logischerweise, der A15-Chip, was haben wir noch, IP68-Zertifizierung, ein Dual-Linsen, Kameramodul auf der Rückseite und so weiter und so fort. Und das Ganze eben auch noch in kleiner. Geht ab 7,99 und ab 8,99 los. Das ist preislich wie immer angesiedelt. Und zum Schluss haben sie dann auch noch das iPhone Pro vorgestellt, was den Namen Pro anscheinend richtig verdient. Mit drei Kameras, die richtig stark hinten rausschauen, auch richtig, ja, professionell, wie man so schön sagt, ausschauen. Und in ProMotion und alle möglichen Geschichten mit drin haben. Die Fotos, die sie wieder mal gezeigt haben, waren natürlich eindrücklich. Ich, wie immer, wenn ein Hersteller Fotos zeigt, die seine Geräte machen, sehen die immer eindrücklich aus. Ich bin sehr gespannt, wie das ausschauen wird bei den richtigen Tests da draussen. Und ich glaube, da wird Apple wieder mal was gemacht haben, was so den Markt ein bisschen bewegen wird. Vor allem auch beim Filmen hat man hier wieder ein bisschen rumgeschraubt. Ab 999, also in Schweizer Preisen, muss ich jetzt nochmals kurz blättern. Wo haben wir das iPhone 13 Pro? Ja, irgendwo steht da was von Pro. Genau, 1149 geht es los und das Max geht ab 1249 los. Bis zu einem Terra, wenn man möchte, ein Speicherplatz ist da mit drin verbaut. Also das Line-Up sehr stabil, sehr toll. Die OS-Geschichten, das iPad OS 15 erscheint am 20. September. Das heisst von jetzt ab in sechs Tagen, also morgen in fünf Tagen. Nächste Woche ist es soweit. Auch iOS soll dann soweit sein. Zumindest die Golden Master ist auch schon draussen und wir dürfen uns darauf freuen. Ja, das sind so die ersten kurzen Nachrichten, direkt nach dem Event mitgenommen. Wir werden auf jeden Fall in der TikTok-News-Folge diese Woche noch ein bisschen genauer, mit ein bisschen mehr Abstand auf die Themen eingehen und uns die Geräte anschauen. Und da gibt es dann auch das eine oder andere, sonstige Neuigkeiten, die wir drin hatten. Für morgen habe ich euch schon ein bisschen was zu Oppo, ein bisschen was zu Sonos. Die haben was Neues vorgestellt und was hatten wir noch? Xiaomi hat auch noch ein Event morgen. Genau, also eben, es gibt morgen auch wieder Nicht-Apple-Themen. Freut euch also drauf und dann würde ich doch sagen, bis bald. Euer Pogipsi, habt einen schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.